Jo Leute, herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. Es ist 7.37 Uhr, wie man hier sieht und ich habe mir heute etwas besonderes überlegt, da ich bei den Jungs penne, also bei Habib und Serkan und Erkan und ich hier auch da sind, dass ich die mal pranke und zwar wäre das dann der erste Prank auf dem Black Bros Kanal und ich habe mir hier ein paar Entfernungsmittel da geholt oder was ist so, dieses Wachs da und damit will ich heute jemanden pranken, ist zwar nichts krasses, aber das erste Mal auf diesem Kanal und man fängt ja immer klein an, also Leute, wir sehen uns gleich. Ich will jetzt nicht bewegen, diesmal. Ich will jetzt nicht bewegen, diesmal. Ich will jetzt nicht bewegen, diesmal. Ich will jetzt nicht bewegen, diesmal ist ja Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Dude hat mir auch nicht gepackt. Ah! Boah! Ah! Oh mein Gott ist sauer, Alter. Leute. Boah, dann bitte ich was eingemacht, bitte. Ah! Du weh, ne? Alter. Alter, mich. Leute, nicht töten. Alter, mich. Ja, jetzt hab ich dich gefickt, ne? Du musst abreißen. Du musst abreißen. Sehr gut. Sehr gut, ich mach. Ah! Ah! Oh Leute. Das war der erste Prank, Leute. Ich hör mal Leute, was macht, stehst du mal mit dem Wasser ab? Leute. Leute, Leute. Damit tut mir richtig leid. Das war der erste Prank. Keine Ahnung, das sind 10 weitere Folgen. Hier sind seine ekligen Haare. Junge, der wird sehen, Alter. Die anderen auch noch. Das ist noch nicht alles gewesen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.